World Underground Wrestling Warte auf dich, seit 15 Jahren fäden wir gegeneinander, diesmal hat die Fäde ihren Abschluss und ich werde dich besiegen und nachdem du besiegt bist, fahre ich mit dem ganzen Publikum im Weberknecht und wir werden auf deine Niederlage trinken. Im Weberknecht wird es so lustig werden, weil alle über dich lachen werden, weil du der Verlierer bist. Also, am 6.4. um 16 Uhr, ich warte auf dich, Humongos. Warte auf dich! World Underground Wrestling World Underground Wrestling World Underground Wrestling